Ich mach das nicht, John. Ich bleib hier drin. Du siehst fantastisch aus, komm schon. Erst der Hase. Dann der Farbfinder. Das geht über den Witz hinaus. Das ist, als wenn man mit mir alles machen kann. Hör mal, das sieht gut aus. Lass uns das einfach erledigen und wir können alle nach Hause, okay? Immer wenn ich diesen Satz höre. Es ist kein Angeln, es ist Marketing. Wie auch immer, ich bin die Tracker Camo-Fee und ich bin hier, um all eure Camo-Träume wahr werden zu lassen. Scout-Rucksack, kein Problem für den Camo-Zauberstab. Verwandlung. Lasst uns hier nicht aufhören. Meine treue grüne 13-Fuß-Rodback. Gewünscht in Camo. Die Camo-Fee eilt zur Rettung. Verwandlung. Wow, gibt es etwas, was dieser Camo-Zauberstab nicht kann? Der Compact Carry All. Komm schon, wir wollen Camo. Verwandlung. Jetzt testen wir die wahre Macht der Camo-Fee und ihrem schönen Zauberstab. Das Tempest RS. Verwandlung. Wow, mein Camo-Zauberstab hat so viel Power. Er hat das Tempest RS Green in das Tempest RS Camo verwandelt. Genug ist genug. Wenn dir unser Sortiment gefällt, geh auf trackerproducts.com und check unser einzigartiges Tarnmuster. Fertig. Es ist einfach lächerlich, John. Weißt du, Wohin sie zieht dies an, Wohin sie zieht das an. Das scheuert. Die Kieler. Die Kieler. Die Kieler. Die Kieler. Die Kieler. Die Kieler. Kieler. Vielen Dank.